Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich höre die Fahrradmarke Möwe zum ersten Mal. Dabei gibt es die schon seit 1890, also sehr sehr lange, mit einer kurzen Unterbrechung, weil in der DDR wollte man nur drei Fahrradmarken und jetzt seit 2011 sind die wieder im Geschäft. Beziehungsweise die Markenrechte wurden erworben und ein Liebhaber hat sich darum gekümmert, die Marke wieder auferstehen zu lassen. Das ist richtig gut gelaufen, denn jetzt gibt es das erste E-Bike und ich muss sagen, ziemlich krasses Teil, was das kann, jetzt hier im Video. Das Möwe E-Bike, es heißt E-Fly Franklin, ich glaube das waren alle Namensteile, kann aber auch noch einer fehlen, denn der Name ist ewig lang, darum soll es aber gar nicht gehen, sondern ich will euch kurz zeigen, was ihr für euer Geld bekommt bei diesem E-Bike. Und was die Besonderheiten sind, denn dieses Teil hat, vielleicht hat man es schon gesehen, eine Besonderheit, die ich so noch von keinem anderen E-Bike kenne. Fangen wir aber bei den Standards an, denn hier vorne geht es schon mal richtig gut los mit Kontinentalreifen. Die Dinger, die sind für den Stadtverkehr wie gemacht und trotzdem kommt man auf, ja ich sag jetzt mal Pflasterstein, nicht ins Schleudern. Das liegt aber nicht nur an den wirklich guten Reifen vorne und hinten, sondern auch an der serienmäßigen Federung von RockShox. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, ein bisschen Federung zu haben bei einem Bike und dieses Teil hier vorne ist richtig gut, das federt zumindest so grobe Unebenheiten richtig gut raus. Gefällt mir, dass da schon mal eine Federung bei ist. Wie komme ich zum Stehen? Ganz simpel, mit zwei richtig guten Shimano-Bremsen, vorne und hinten mit Scheibe, so muss das sein. Im Test gar keine Probleme, man steht da mit 1A und ich habe überhaupt nichts zu meckern. Die Teile, die arbeiten einfach wie sie sollen. Weiter geht es hier am Lenker. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Man hat also außer den Bremshebeln immerhin eine Elfgangsschaltung, auch von Shimano. Das heißt, man kann mit diesem E-Bike auch dann fahren, wenn der Akku streikt. Allerdings muss man dann schon eine ganze Weile unterwegs gewesen sein. Dazu gleich aber mehr. Wie gesagt, Elfgangsschaltung hier über die ganz normalen Kippschalter und ein ganz kleines Display, das ist so 2 Zoll groß ungefähr. Da bekomme ich so ein paar Informationen zur Fahrt. Akkuladestand zum Beispiel oder Motorunterstützungsstufe von 0 bis 5 kmh. Kriege ich natürlich auch raus und ich habe hier ein kleines Menü. Da kann ich mir Informationen zu meiner Reise holen oder aber ich kann in das Connect-Menü gehen und das Ganze per Bluetooth mit meinem Smartphone koppeln. Da habe ich dann noch mehr Funktionen. Ich kann mir angucken, wann die nächste Inspektion ansteht. Ja, auch das kann ich hier sehen. Wer auch immer das bei einem Fahrrad regelmäßig macht. Aber hier sieht man, wann es spätestens der Fall ist, dass man mal wieder in die Werkstatt muss. Und es gibt noch ein paar Settings. Allerdings, da kann ich so Sachen einstellen wie die Einheiten oder die Sprache und so weiter und so fort. Auch natürlich das Datum und die Zeit. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ganz kleines Display, wie gesagt. Und hier gibt es noch eine kleine Schaltereinheit mit einem großen Minus und einem großen Plus. Diese Schalter sind natürlich für die Motorunterstützung, wie schon gesagt, 0 bis 5. Mir ist das bei Pedelecs nicht allzu oft passiert, dass ich mit irgendeiner Stufe zwischen 0 und 5 fahre und nicht immer nur mit 5. Bei diesem Bike allerdings muss ich sagen, 5 ist krass. Also das hat mit bequemem Vorankommen nicht mehr viel zu tun, sondern das ist richtig so, zack, 25. Ein ganz, ganz heftiger Motor, der hier drin sitzt. Sehr, sehr viel Power im Hinterrad. Auch wenn es natürlich nur ein Pedelec mit 25 kmh Endgeschwindigkeit ist. Aber diese 25 kmh kann man, das habe ich jetzt gelernt, anders erreichen als langsam und gemächlich. Jedenfalls, wie gesagt, 5 Stufen. Dann gibt es hier noch ein paar Anschlüsse. Und zwar gibt es hier auch noch Micro-USB und ganz wichtig hier bei den Knöpfen, ich kann natürlich das Licht zuschalten und abschalten und ich kann hier noch das Tacho relativ schnell bedienen. Ich habe hier eine Set-Taste, da kann ich so ein paar Einstellungen schneller durchführen oder Menüs durchwechseln, ohne dass ich jetzt hier auf dem Display rumtatschen muss, beziehungsweise überhaupt die Hände vom Lenker nehmen muss. Also sehr durchdacht. Machen wir weiter mit dem Herzstück und zwar diesem riesigen Akku hier. Das ist ein 612 Wh Akku. Der reicht laut Hersteller für 150 km. So weit bin ich jetzt im Test nicht gekommen. Nicht, weil das Rad vorher aufgegeben hat, sondern weil ich schlicht nicht einfach mal 150 km fahren konnte. Aber der Akku hält richtig lange, ist richtig groß und wie gesagt, gibt auch eine Menge Power ab. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Finde ich zumindest, das hat sich irgendwie so rauskristallisiert als sehr, sehr wichtiger Punkt. Man kann den Akku rausnehmen. Dabei ist ein Set Schlüssel. Die packt man einfach hier rein. Man muss den Akku vorher einmal vom Motor trennen. Das ist so ein Magnetschalter, das geht ganz simpel. Und dann kann man, Vorführeffekt ja oder nein, den Akku einfach entnehmen. Und hat dann dieses Monstrum quasi zum Mitnehmen. Es ist jetzt nicht unbedingt super schwer. Das ist also ganz gut. Man kann das Ding quasi mit ins Büro nehmen und aufladen. Hier ist nämlich der Anschluss für das Ladegerät. Da kann man dann einfach irgendwo auch in der Wohnung bunkern und muss nicht immer das Fahrrad zur Steckdose steppen. Sehr, sehr gut also. So, wie gesagt, das ganze Ding 612 Wattstunden und 17 Ampere Stunden. Da steckt richtig was drin. Ich packe den mal wieder rein. Der ist etwas hakelig. Wenn ich mal meckern darf, der ist etwas hakelig, weil wie man schon gesehen hat, der hakt hier an fünf verschiedenen, beziehungsweise eigentlich an zehn Stellen ein. Und das merkt man beim Rausziehen und Reindrücken. Ich nehme aber mal an, dass wenn das Bike nicht mehr ganz flammneu ist, dass das einfacher geht. Aber für jetzt auf jeden Fall. Gerade am Anfang, ich hatte ganz kurz das Gefühl, ich kriege den da nie raus. Aber jetzt so langsam geht's. Magnetanschluss wieder dran und schon kann man weiterfahren. Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Denn, wie man hier unten schon sieht an den Pedalen, verbirgt sich da eine richtige Neuheit drin, die man so bei anderen Bikes noch nicht gesehen hat. Das hat einen ganz einfachen Grund. Möwe hat es entworfen, Möwe benutzt es und Möwe hat es patentiert. Also kann es kein anderer benutzen, außer eben den Machern von diesem Bike. Das System nennt sich Sci-Fly und ist quasi eine Neuerfindung des Rades, beziehungsweise des Antriebs eines Rades. Denn normalerweise hat man hier ein Pedal. Das Pedal sitzt mittig auf einem Ritzel. Man dreht an dem Pedal, das Ritzel dreht sich, die Kette wird angetrieben. Ihr kennt das, ihr wisst, wie ein Fahrrad funktioniert. Hier ist das ein bisschen komplizierter. Da sind sehr, sehr viele Teile drin verbaut. Und das Ganze, wenn man das so dreht, bewegt sich nochmal in sich. Das heißt, man sieht das auch, dieses Ritzel, das ist oval und nicht rund. Also es ist wirklich, dieser Sci-Fly-Antrieb ist eine ganz, ganz andere Entwicklung. Und führt dazu, dass man, so sagt der Hersteller, 30% mehr Drehmoment auf die Pedale bekommt. Und ich muss gestehen, mir fehlen jetzt die Vergleichswerte. Ich habe meine Drehmoment-Erlebnisse mit Fahrrädern nicht immer abrufbar im Kopf. Ich muss aber sagen, das hier lässt sich sehr, sehr einfach drehen. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Fahren. Und einem fällt gar nicht auf, dass man auf so einem Stück Ingenieurskunst sitzt, wo sich jemand wirklich viele, viele, viele Gedanken gemacht hat. Wie kann man eigentlich den herkömmlichen Fahrradantrieb nochmal verändern? Also, 30% mehr Drehmoment, beziehungsweise angenehmeres Fahren mit dem Sci-Fly-Antrieb. Den gibt es natürlich auch ohne E-Bike zu kaufen, aber wir sind Computerbild, bei uns muss es irgendwie Strom haben. Deswegen haben wir das jetzt im E-Bike zu zeigen. Sci-Fly-Antrieb. Die Gangschaltung hatte ich schon erwähnt, das sind wie gesagt 11 Gänge. Das hilft vor allem dann, wenn man entweder ganz schnell unterwegs ist oder eben ohne Akku unterwegs ist. Dann müsste es anfahren, ein bisschen leichter. Der Sattel ist sehr, sehr bequem, da gibt es auch gar nichts zu meckern. Und ansonsten, ja, es gibt hier so einen, ich nenne es mal Gepäckträger, auch wenn es irgendwie Kanner ist, weil hier die Klammer fehlt. Aber Gepäckträger und natürlich ein Schutzblech, sowohl hinten als auch vorne, damit man nicht dreckig wird bei schlechtem Wetter. Und das war es im Prinzip schon. Eigentlich ein ganz, ganz simples Bike, sehr simpel im Aufbau, aber mit unglaublich viel Technik drin und sehr, sehr durchdacht. Es gibt Nachteile, auf die müssen wir auch zu sprechen kommen. Nachteil Nummer 1, dieses E-Bike wiegt richtig was. Das sind, also das Sci-Fly-Fahrrad ohne E wiegt so um die 15 Kilo. Mit dem E-Motor, ach, den haben wir ganz vergessen, mit dem E-Motor sind es nochmal ungefähr 10 Kilo mehr. Also reden wir da so von 23, 24 Kilogramm. Das merkt man dem Ding auch an. Also es ist sehr, sehr schwer. Wir hatten kürzlich das Cowboy im Test, beziehungsweise kurz zu Besuch. Das war viel, viel leichter als dieses Monster. Das hier ist wirklich ein grundsolides Fahrrad. Ich traue dem hier mehr zu und auch mehr Langlebigkeit, aber man bezahlt eben mit dem höheren Gewicht. Ganz schnell noch zu dem Motor, weil ich den noch gar nicht erwähnt hatte. Das ist ein Neo-Drives-Motor, made in Germany. Das ist also quasi ein Bafang in sehr hoher Qualität. Hinterradmotor deswegen, weil es für den Hersteller einfach vom Konzept her mehr Sinn gemacht hat. Ich muss aber sagen, anders als bei vielen anderen Hinterradmotoren ist mir hier nichts Negatives aufgefallen. Sobald ich in die Pedale trete, drückt das Ding nach vorne, die Sensoren reagieren sofort und ich habe also kein nachgelagertes Anschieben oder so, sondern ein sehr natürliches Fahrgefühl. Kann also nichts Negatives über den Motor sagen, außer, dass wenn man im ersten Gang anfährt und es, sagen wir, darauf anlegt, dann fährt man hier mit Wheelies. Also das hatte ich auch noch nicht oft bei Pedelecs. Das Ding hat also richtig Power, ist aber eigentlich nichts Negatives. Ist nur gefährlich, wenn man fährt wie ein Idiot. So, genau. Also es ist sehr schwer, das ist ein Nachteil und der andere Nachteil, finde ich zumindest, ist der Preis. Für dieses grundsolide Bike ruft der Hersteller 5.500 Euro auf. Das ist tatsächlich sehr viel Geld für ein Fahrrad. Jetzt aber direkt die gute Nachricht hinterher, wenn man das jetzt kauft, also wenn man jetzt Bock drauf hat, dann bezahlt man nur 4.000 Euro. Das ist immer noch eine riesen Stange Geld für ein Pedelec und es gibt sicherlich günstigere Alternativen. Aber ich finde es noch einigermaßen fair. 4.000 Euro für ein qualitativ hochwertiges E-Bike mit Motor made in Germany, mit einer Eigenentwicklung beim Antrieb, mit tollen Bremsen, mit einer RockShox-Dämpfung und so. 4.000 Euro kann man auch mal für ein Bike ausgeben, was überhaupt keinen E-Motor hat. Also es ist nicht völlig absurd, aber es ist auf jeden Fall ein höheres Preissegment. Mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr will ich dazu nicht sagen. Man darf dieses Bike Testfahren einfach auf die Homepage vom Hersteller gehen. Das ist Möwe mit V und dann kann man eine Testfahrt buchen und sich da selber ein Bild von machen. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn jemand ein Bike sucht, mit dem man auch mal richtig lange fahren kann, mit dem man sehr bequem fahren kann und auf das man sich verlassen kann, ist das hier sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl. Aber man muss tiefer in die Tasche greifen und kann es nicht mal eben drei Stockwerke hochtragen. Dafür ist es zu schwer. Das war's für heute.